Ja, ich habe eine Entscheidung getroffen, eine Entscheidung, das möchte ich hier auch erwähnen. Und zwar die Entscheidung lautet, dass ich ab der kommenden Saison nicht mehr Trainer der Spielvereinigung sein werde. Diese Entscheidung habe ich für mich persönlich getroffen. Das war eine sehr schwere Entscheidung, aber es war auch ein Prozess über mehrere Wochen hinweg. Es gibt auch keine Zusage an irgendeinen anderen Verein. Sondern es ist jetzt erst mal die Entscheidung gefallen, dass ich mein Amt zur Verfügung stelle als Trainer der Spielvereinigung. Jetzt war der Zeitpunkt, um den Weg freizumachen für eine neue Energie, für einen neuen Trainer, für einen Neuanfang. Und deshalb diese Entscheidung. Und nochmal nicht gegen die Spielvereinigung, sondern für mich.